Weil Fotzen und Pussy immer noch Schindwörter sind, aber die meisten Lügen nicht unterscheiden zwischen dem Begriff Vagina und dem Begriff Vulva. Feminismus ist für mich nicht nur eine Women's Only Campaign. Für mich bedeutet Feminismus ein Kampf für Gleichberechtigung. Die Gleichberechtigung wird genauso für Männer wie auch für Frauen und everything betont. Noch nie in der ganzen menschlichen Geschichte hat irgendeine Herrschaftskaste ihre Macht freiwillig abgegeben, und schon gar nicht die Männer. Ich bin hässig und nicht zickig oder hysterisch. Emotionen haben kein Geschlecht. Es braucht Feminismus, wo der Walk of Shame nämlich eigentlich ein Stride of Pride ist. Es kann zum Beispiel die wählerstärkste Partei in der Schweiz sich im Wahlkampf mehrfach über Vergewaltigung und Ernustung machen. Das ist nur ein Beispiel, das so deutlich zeigt, warum es den Feminismus braucht. Weil ich keine Lust habe auf so eine männerdominierte Leistungsgesellschaft. Weil unnatürliche Grenzen abgeschafft gehören, bin ich Feminist. Und darum möchte ich, wenn ich gross bin, mal Feministin werden. Weil ich schon so viel Zeit in mir verbracht habe, um mir zu erklären, warum wir nicht nur davon erzählen, sondern sollen die Bewegung Feminismus lernen. Als wäre ein Begriff das eigentliche Problem. Und nicht die Sache, wo wir am Alper am besten sind. Ich meine, ist Feministin. Nee, Culture. Tschüss. Am denn? Ja. Und ich weiß es nicht so für mich. Nee, ha! 3000